Mein Name ist Adrian und in diesem Video geht es um den Tascam DR-10L. Ein Audio-Recorder, den ich selbst im Einsatz habe und durchaus empfehlen kann. Und dementsprechend gibt es hier in dem Video einen Quick Start Guide, so dass du direkt mit diesem Gerät hier loslegen kannst, wenn du es in die Finger bekommst. Wir machen einen Rundumblick um das Gerät und ich werde dir natürlich auch die ganzen Menü-Einstellungen zeigen, die ich hier getroffen habe. Und wir starten auf der Frontseite hier vom Tascam. Hier finden wir das Display und die Schalter, mit dem wir hier durchs Menü navigieren können. Auf der Oberseite haben wir dann die Möglichkeit, das Mikrofon bzw. die Klinke einzustecken. Das kann ich auch gerade mal machen. Und zwar haben wir hier die tolle Möglichkeit, das Ganze auch festzuschrauben, so dass es uns beim Dreh hier nicht ungewollt rausrutschen kann. Auf der Rückseite finden wir dann das Batteriefach und da wird der Tascam mit einer AAA-Batterie mit Strom versorgt. Alternativ können wir aber hier auf der Seite auch über Mikro-USB und eine Powerbank oder einen Wall-Adapter das Ganze hier mit Strom versorgen. Und wir haben hier auch das SD, das Mikro-SD-Schubfach, wo hier die Mikro-SD-Karte reinkommt. Ich kann sie auch gerade mal einmal rausholen. Hier, zack, da ist sie drinne. Und hier können wir sie dann auch reinstecken und dann hier das Fach auch wieder schließen. Wir haben in dem Fall jetzt eine 2 GB Mikro-SD-Karte drinne. Das reicht so für 1 bis 2 Stunden. Wenn du länger aufnehmen möchtest, musst du dementsprechend auch eine größere SD-Karte wählen. 16 GB hatten wir zum Beispiel auch schon drinne. Da hast du dann wirklich keine Limitierung, was die Aufnahmezeit angeht. Das sollte dir auf jeden Fall reichen. Und wir haben hier einen Kopfhöreranschluss, um dann eben in Aufnahmen auch reinhören zu können. Und hier auch auf der anderen Seite den Schalter, um dann zwischen den Lautstärken dem Kopfhörer zu unterscheiden. Des Weiteren haben wir hier den Schalter, um das Gerät anzuschalten. Dafür schieben wir den Schalter einmal nach unten. Dann geht das Gerät an, beziehungsweise jetzt aus, weil es schon an war. Und wenn wir es hier jetzt einmal nochmal nach unten ziehen, dann können wir das Gerät so einschalten. Oh, jetzt hat es nicht funktioniert. Noch einmal, zack. Jetzt geht das Gerät hier an. Das muss man so ein bisschen mit dem Nagel hier machen. Finde ich nicht ganz so schön gelöst. Gerade, weil man es auch länger halten muss. Damit wird aber natürlich vorgebeugt, dass es nicht aus Versehen während dem Dreh angeschaltet, Aufnahme gestoppt oder sonst was wird. Denn mit dem Schalter starten und stoppen wir hier auch die Aufzeichnung. Wenn das Gerät an ist, können wir den Schalter nämlich einfach nach oben schieben. Und damit wird die Aufnahme gestartet und relativ lange nach oben schieben, damit wir dann die Aufnahme stoppen können. Also wirklich hier lange halten in dieser Position. Damit wird natürlich wieder vorgebeugt, dass die Aufnahme nicht aus Versehen hier gestoppt wird. Jetzt gehen wir aber, haben wir schon mal gesehen, wie wird hier so eine Aufnahme gemacht. Aber jetzt gehen wir nochmal ins Menü. In dem Menü gehe ich nämlich immer erst auf Position 14. Position 14 ist nämlich Format SD. Da gehe ich auf Enter und dann auf Yes, damit ich eben hier mit einer frischen SD-Karte unterwegs bin. Dann gehe ich zurück hier auf 1 und hier finden wir jetzt die ganzen Einstellungen, die ich hier getroffen habe für den Tascam, die du gerne auch dementsprechend nachmachen kannst. Mic Gain ist hier die Nummer 1. Wenn wir hier auf Enter gehen, kommen wir hier in das Untermenü. Und du siehst, ich habe das hier auf Medium in der Mitte hier eingestellt. Das ist eine Option, mit der wir sehr, sehr gut gefahren sind. Immer wenn es darum ging, quasi mit einem Lavalier-Mikrofon wie diesem hier, was mitgeliefert wird, Sprache aufzunehmen. Wenn die Person nicht besonders leise oder nicht besonders laut spricht, dann ist hier Medium die gute Wahl. Wir lassen ihn eigentlich immer hier so eingestellt. Im Punkt 2, den Low-Cut, den verwende ich nicht. Das sieht man hier. Off, den verwende ich dann, wenn dann in der Post-Production. Low-Cut mache ich hier nicht im Gerät selbst. Position Nummer 3 finden wir hier den Limiter. Einmal drauf sehen wir, den Limiter verwende ich hier in dem Fall, um Clipping sozusagen vorzubeugen, damit das Signal hier nicht übersteuert. Dann den Auto-Level-Funktion. Die verwende ich nicht. Alternativ verwende ich nämlich das Dual-Recording, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Auto-Level wäre, dass dann automatisch quasi das Level von der Verstärkung angepasst wird. Dementsprechend, wenn die Person leiser wird, würde das Level hochgefahren werden. Und wenn die Person lauter wird, dann würde das Level dementsprechend runtergefahren. Aber das sorgt für meiner Meinung nach nicht so gute Ergebnisse, als wenn man auf einem konstanten Level sozusagen das aufzeichnet. Da sind dann Sprünge im Audio drin, die mir nicht so gut gefallen. Dementsprechend lasse ich das hier weg. Ansonsten können wir einmal hier durchnavigieren. Da habe ich überall nichts Besonderes eingestellt, außer hier bei Dual-Recording. Da muss man darauf achten, doppelt so viel Speicherplatz wird beim Dual-Recording verwendet. Was ist Dual-Recording genau? Wir nehmen hier zwei Audiodateien auf. Und zwar eine mit einer etwas höheren Verstärkung, also ein bisschen mehr Gain und einmal mit ein bisschen weniger. Und das hilft uns dann dabei, im Nachhinein quasi zwischen diesen einzelnen Spuren zu entscheiden. Hat die Person ein bisschen zu laut gesprochen oder lauter, als wir es erwartet hatten? Hat die Person leiser gesprochen, als wir es erwartet haben? Dementsprechend haben wir hier zwei Audiospuren, aus denen wir auswählen können. Und gegebenenfalls sogar, wenn die Person kurz schreit, dann auf die andere Spur zurückgehen können. Und das ist das, was ich dem Auto-Leveling da durchaus bevorzuge oder vorziehe. Das heißt, hier schalte ich das auf an. Wie gesagt, da darauf achten, es wird doppelt so viel gespeichert. Es gibt doppelt so viele Dateien und dementsprechend braucht ihr auch das doppelt so viel Speicherplatz. Wir gehen noch einmal hier hoch, denn das ist auch sehr wichtig. Filename, nein, 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 Date und Time. Das ist super wichtig, denn gerade wenn wir das Ganze mit der Kamera synchronisieren wollen, wenn wir über mehrere Tage aufzeichnen, dann ist es wichtig, dass wir hier bei Punkt 17 auch das richtig eingestellt haben. Das macht es uns in der Post-Production dann wesentlich leichter. Hier sehen wir dann die Akkuanzeige und wir haben hier dieses Quadrat, was sozusagen Stopp jetzt gerade bedeutet. Und wir können jetzt einmal nochmal eine Aufnahme testweise starten. Dafür schließe ich jetzt hier das Mikrofon einmal an und schiebe es hier hoch. Wir sehen jetzt hier oben auch einen Ausschlag, einen Pegel. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera gut genug sieht, aber wir haben hier auf jeden Fall einen Ausschlag, um dann eben hier auch Einstellungen machen zu können. Ist das hier in einem Rahmen, stößt es oben an oder ist es viel zu gering? Hier in dem Fall ist es ein bisschen zu gering, aber das Mikrofon liegt ja hier auch auf dem Tisch und ist hier nicht direkt an meinem Mund. Gut, dementsprechend können wir jetzt hier einmal die Aufnahme starten. Dafür gehen wir hier wieder auf die Seite und schieben den Raster nach oben. Dann startet hier die Aufnahme unverkennbar. Das Display ist jetzt hauptsächlich schwarz und hat hier einmal diesen weißen Kreis. Und das symbolisiert uns, dass die Aufnahme hier läuft und auch die Zeit, die die Aufnahme jetzt hier läuft, wird uns angezeigt. Um die Aufnahme zu stoppen, müssen wir hier den Schalter wirklich lange nach oben gedrückt halten. Dann wird die Aufnahme hier gestoppt und wir sehen, die Aufnahme ist jetzt hier drauf gelandet. Und wenn wir jetzt hier auf Play drücken, dann wird uns die Aufnahme hier auch abgespielt. Das ist quasi Aufnahme 0, 0, 0. Die wird uns jetzt hier abgespielt und wenn wir jetzt einen Kopfhörer hier angeschlossen hätten, dann könnten wir hier jetzt auch in die Aufnahme einmal reinhören. Und das ist es eigentlich auch schon. Das ist der Tascam DA10L. Meiner Meinung nach wirklich eine tolle Alternative zu Funkstrecken und gerade auch eine relativ günstige Alternative, um sehr hochqualitativen Ton aufzuzeichnen. Dementsprechend, ich kann es dir nur empfehlen. Wenn du noch Fragen hast, schreib sie mir gerne. Und ansonsten abonnier hier gerne unseren YouTube-Channel für weitere Videos rund um das Thema Videoproduktion. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.